Willkommen bei ProfiSchnack.de Ich habe heute nochmals ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie und zwar das berühmte Motel Flex Plus von Ewald Schillig hier in einer Kombination kleiner Zweisitzer, ganz kleiner Zweisitzer eine feine kleine Kombination für kleine Räume und Leute die es bequem haben wollen denn durch diese Arme können sie auch wunderbar liegen und da die Kissen lose sind, zack, 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 haben sie noch mehr Platz und das Schöne dabei ist, dass Sie selbst auf dem kleinen Sofa muss ich mich auch ins Zeug legen, zack, 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 zack auf dem kleinen Sofa das gleiche machen können die Maße, 1,63 Meter hier, 1,87 Meter da Ja, der Sitzkomfort sehr gut, Federkern im Sitz, straffer Sitz, guter Sitz tolles Stoffgewebe, ein Flachgewebe Chakarstoff mit Hoch-Tief, meliert, zweifarbig Grau-Braun, also Top, schöne Metallfüße, kleine Formation, ein Kundenstorno welcher nicht mehr geliefert worden ist an den Kunden und deshalb jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis Flex Plus von Ewald Schilich als kleine Kombination zwei Sofas für Sie würde mich freuen Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt Dankeschön Dankeschön Vielen Dank.